Gleis 1 Einfahrt S2 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof über Lambrecht. Abfahrt 16.32 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4 Einfahrt RB51 von Wörth. Ankunft 16.46 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt RE6 von Wörth. Weiter als RE6 nach Wörth über Landau. Abfahrt 17.09 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt S1 nach Osterburgen über Mannheim Hauptbahnhof. Abfahrt 17.03 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017